Hallo und herzlich willkommen zur Strategie für High Rounds auf der Karte The Final Reich. Wenn ihr auf der Suche nach der besten Strategie im Moment für hohe Runden auf dieser Karte seid, dann ist dieses Video genau richtig. Falls es in Zukunft natürlich Patches oder Änderungen geben wird, dann haue ich euch natürlich ein Video dazu raus. Im Moment ist die höchste erspielte Runde auf The Final Reich Runde 187 bei Steve. Er hat einen Erdraub bekommen auf Runde 187 und welche Strategie er verwendet hat, erkläre ich heute hier ausführlich. Von wem genau diese Strategie ist, weiß ich nicht genau. Ashy hat diese sehr früh hochgeladen, aber auch Cynicus. Also kann ich euch leider nicht genau sagen, wer hier der Erste war oder wer sie genau erfunden hat. Bevor ihr euer Spiel startet, müsst ihr eure Klasse anpassen. Denkt daran, wenn ihr High Rounds spielt, vor allem über Tage hinweg mit der PS4, immer wieder in den Ruhemodus damit, denn ihr spielt ja normalerweise High Rounds lokal. Bei anderen Zombie Games ist ja auch immer wieder die Frage, ob man unbedingt in die Leaderboards will. Ich finde das ja sowieso unsinnig. Meiner Meinung nach in World War 2 macht das eigentlich sowieso keinen Sinn, weil es gar keine rundenbasierenden Leaderboards gibt. Also könnt ihr auch lokal spielen, das aufnehmen und es danach nach Zombie Records schicken. Also, wie gesagt, ihr spielt eigentlich lokal. Da habt ihr natürlich alle Aufsätze und Mods frei. Wenn ihr doch online spielt, schaut, dass ihr euch die Mods, die ihr braucht, mit den Rabenmünzen auf jeden Fall freischaltet. Packt auch gute Aufsätze auf die 1911, also auf die Pistole, die PBSH und die SVT40. Ja, als Spezialfähigkeit nehmt euch auf jeden Fall Tarnung mit. Alles andere wollt ihr und braucht ihr hier auch nicht für also eben diese Strategie. Ich nehme mir immer die 1911, wie gesagt, aus Pistole mit, denn in den Anfangsrunden spiele ich immer mit Speck und Eier, Acker, Bacon und Eggs. Als Mods wollt ihr Pack Mule, also drei Waffen zum Tragen haben, unsere Mule Kick eben, dann Fully Loaded. Damit könnt ihr mehr Munition tragen und Specialist Training, mit dem ihr eure Spezialanzeige schneller wieder füllen könnt. Also das heißt, dass ihr Camouflage Tarnung schneller wieder verfügbar habt. Falls ihr nicht alle frei habt, empfiehlt sich vielleicht auch noch Survivalist, mit dem ihr pro aktivierter Tarnung wieder eine Panzerung hinzubekommt. Wenn ihr dann im Game seid, müsst ihr im Prinzip nicht viel machen, außer eben den Strom der Karte komplett anmachen und Pack-up-Hansch öffnen. Holt euch auch Monkeys, aka Check-in-the-Box oder zu Deutsch Kassenteufel aus der Kiste und rüstet euch mit folgenden Waffen aus. Speck und Eier, also 1911, Pistole verwässert. Diese gebt ihr dann ab ca. Runde 40 oder so weg, wann ihr halt wollt oder wann ihr halt denkt, jetzt hilft sie euch nicht mehr wirklich, eben für die normale Tesla-Kanone. Baut also auch die Wunderwaffe in den Early Rounds bereits, aber nehmt sie noch nicht auf. Ihr könnt die Wunderwaffe nicht verbessern, da ihr bestimmte Türen geschlossen haben müsst, aber dazu kommen wir dann später. Als zweite Waffe kauft ihr euch die PBSH von der Wand. Diese befindet sich auf dem Weg vom Dorfplatz zum Pack-up-Hansch in dem Hüllengang an der Wand. Verbessert die PBSH nicht, da ihr sie nur für Punkte und zum Anschießen der Wüstlinge braucht und eben nicht zum Töten selber. Und die dritte Waffe, die ihr euch holt, ist die SVT-40, SWT. Die gibt es beim Dorfplatz an der Wand. Pack-up-Hansch diese und verwendet sie gegen die Brenner-Zombies, die eben alle paar Runden auftauchen. Benutzt die verbesserte SVT gegen die Brenner-Zombies, indem ihr ihnen auf den Kopf schießt. Das geht auch auf Runde 100 plus noch richtig nice und schnell mit dieser Waffe. Ich habe das bereits in meinem ultimativen Survival-Guide angesprochen, falls ihr da nochmal genau nachschauen wollt. Folgende Perks solltet ihr euch holen. Quick-Revive aka Lebensblitz, Seminar aka Laufenblitz, Double-Tap aka Kugelblitz und Speed-Cola aka Schnellblitz. Wenn ihr dann die High-Round-Strategie laufen wollt, könnt ihr das im Prinzip machen, wann ihr wollt. Ich persönlich würde da natürlich immer so ein bisschen warten, bis ich ein paar Punkte auf dem Konto habe. Denn ihr müsst ja immerhin zwei Fallen immer wieder betätigen für 1000 Punkte pro Falle natürlich. Und denkt daran, dass wenn ihr euch Rüstung, also die Panzerung, die ihr euch als Juggernaut dient, nachkaufen müsst, dann kostet die irgendwann 10.000 Punkte. Mehr als 10.000 Punkte wird sie aber nie kosten. Aber ihr wollt halt ein paar Punkte auf der Seite haben, falls irgendwas ist oder ihr down geht für Perks oder für die Fallen eben. Oder wenn ihr oft gehittet werdet, dass ihr euch eben Rüstung nachkaufen könnt. Ja, ich hätte euch die Strategie jetzt gerne höher als Runde 20 plus gezeigt, aber leider ist für mich der letzte Zombie auf Runde 24 geglitscht und ich musste das Spiel dann eben beenden. Ich habe mit der Strategie Koop bis Runde 54 im Stream gespielt. Da seht ihr das auch natürlich nochmal, wenn ihr euch das angucken wollt. Im Prinzip ist die Runde aber egal, da die Strategie egal auf welcher Runde einfach gleich bleibt. Ganz wichtig ist, dass ihr die Tür zur Leichenhalle und hinter Packer Punch zum Flussufer geschlossen habt. Deshalb funktioniert diese Strategie nicht richtig. Die geschlossene Tür zum Ufer ist auch der Grund, warum man die Tesla-Kanone nicht verbessern kann. Da man nur mit geöffneter Tür an dem Generator in den Durchgang kommen kann. Und auch wenn man von der anderen Seite aus öffnet, öffnet ihm das aufkaufend an beide Türen des Durchgangs. Ihr wisst ja, wenn ihr die Tesla-Kanone gebaut habt, habt ihr diesen kleinen Generator hinter der Plattform im Kommandoraum. Dort müsst ihr doch Viereck drücken und dann müsst ihr die anderen vier Generatoren auf der Karte verteilt eben auf die Farben einstellen, die ihr dort im Kommandoraum seht. Und es geht eben nicht mit dieser Strategie, weil die Tür über Packer Punch unbedingt geschlossen bleiben muss, sonst funktioniert die ganze Highruns-Strategie nicht mehr. Also habt ihr nur die normale Tesla-Kanone, die killt eben auf Highruns nicht mehr, aber ihr benutzt die eigentlich eh nur, um euch zu retten und die Zombies zu stunnen, also zu betäuben. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist zwischen den Fallen hin und her laufen. Stellt die Sägefalle im Packer Punch Raum an und stellt euch direkt vor das Tor, das ja geschlossen ist. Und neben die Sägeblätter am Boden. Also ihr seht, dass diese zwei Sägeblätter auf jeden Fall am Boden immer rausragen. Und zwar stellt ihr euch so hin, dass die euch nicht verlässten, aber ebenso in einem Winkel, dass die Zombies auch von der Seite in die Sägeblätter hineinlaufen und nicht herumlaufen, um euch zu schlagen. Im Anschluss dazu lauft ihr dann einfach den Minenschacht nach oben zum Dorfplatz. Etwaige Wüstlinge, die euch entgegenkommen, schießt ihr mit der PPSH in den Bauch. Damit schlagen sie euch nicht, wenn ihr an ihnen vorbeilauft, denn sie zucken halt zusammen und versuchen gegen euch oder gegen die Wand zu laufen. Vergesst auch nicht, auf dem Weg immer wieder Munition eben für die PPSH zu kaufen. Habt ihr da drei Wüstlinge drin, schießt alle drei an. Weil wie gesagt, noch so groß, wie die Lücke da aussieht und ihr denkt, ihr könnt an denen vorbeispringen. Die haben so eine Reichweite mit ihrem Schlagarm. Die hauen euch jedes Mal. Das ist übelst nervig. Schießt die einfach an kurz und dann lauft vorbei. Oben angekommen betätigt ihr dann die Pfeile, die den Schacht explodieren lässt. Und hüpft ein paar Sekunden später wieder nach unten, um dann die Pfeile im Packer-Punch-Raum wieder zu betätigen. Und das ist auch schon die ganze Strategie eigentlich. Wie gesagt, tauscht die Selles gegen die Tesla-Kanone ab ca. Runde 40 aus, um Zombies, die euch halt einkreisen, mit der Tesla-Kanone zu betäuben. Und denkt daran, dass ihr auch noch eure Spezialfähigkeit habt. Und in bestimmten Situationen solltet ihr die auch benutzen. Zum Beispiel, wenn der Brenner-Zombie kommt. Oder in gefährlichen Situationen, wo ihr vielleicht down gehen könntet. Der Brenner-Zombie kam jetzt bei mir beispielsweise alle 5 bis 6 Runden. Und in dem Game kam auf Runde 16 und auf 22. Also hier haben wir einmal 6 Runden dazwischen. Also denkt auch dran, dass der immer kommt. Nicht, dass euch der überrascht. Ja, und eure Spezialrunden habt ihr alle 5 Runden. Das erste Mal auf Runde 5, dann 10, dann 15, 20. Das bleibt immer gleich. Wissenswert ist auch noch folgendes. Die Strategie ist ca. 26 Seconds per hold schnell. Und ihr braucht ca. 10 bis 11 Stunden für Runde 100 in Solo. Es gleicht also eher einer Black Ops 1 Feiernstrategie. Was ich ziemlich nice finde. Im Gegensatz zu einer Black Ops 300 Solo-Runde mit Online-Kaugummis, die 3 Stunden dauert. LOL. Jetzt sag ich einfach nur LOL dazu. Ja, ab Runde 100 jedoch werden die Runden nicht länger. Denn ab Runde 100 bleibt die Anzahl der Zombies pro Runde immer gleich. Somit habt ihr eine langsame Runde 100, aber eine schnelle Runde 200. Auch die Gesundheit der Zombies erhöht sich ab Runde 100 nicht, aber das ist ja sowieso eher unwichtig. Ihr könnt ja in Runde 100 eh nichts killen, außer mit einer abgegradeten Tester-Kanone, die wir mit der Strategie also nicht haben. Und die Fallen, die killen ja sowieso immer. Darüber hinaus bekommt ihr ab Runde 100 keine Pest-Zombie-Spezialrunden mehr. Aber in der Runde, in der ihr die Spezialrunde haben solltet, erscheint auf eurem Bildschirm dann einfach die maximale Munition trotzdem, die man ja eigentlich in der Spezialrunde automatisch erhaltet. Also beispielsweise Runde 105, Runde 110 sollten Spezialrunden sein. Ihr hört diese Summen auch, aber ihr habt ganz normale Zombies spawns und auch die Runde bleibt ganz normal. Ihr seht aber auf eurem Screen dann maximale Munition aufpoppen und es füllt sich auf. Also das ist irgendwie verglitscht. Die Frage ist nun, ob diese Sachen gepatcht werden. Ich weiß, dass bestimmte Leute also hier den Support angeschrieben haben, dass nicht mehr Zombies ab Runde 100 spawnen und dass die Pest-Zombie-Spezialrunden nicht mehr funktionieren. Ob da irgendwas geändert wird, ist halt die Frage. Ich meine, sie haben ja in Black Ops 3 gesagt, sie patchen Widows, Wine und Housewives heute nicht hinbekommen, das zu machen. Also dementsprechend, wenn das geändert wird, kann es sein, dass es natürlich dann nicht mehr verglitscht ist. Ja, wenn ihr diese Strategie Koop spielen wollt, dann passt auf, wie ihr unten bei Faker-Punch-Raum steht, denn es ist schwerer, hinter dem Sägeblatt im Koop zu stehen, ohne dass die Zombies herumlaufen, als im Solo-Modus. Ich denke, ja, das war es eigentlich zur Strategie und dem Video. Falls ihr Fragen habt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich so weit, wie ich es selber kann, zu helfen. Die Leaderboards of Zombie Records sind übrigens seit heute oder gestern auch online, also ihr könnt dort auch eure Runden dann submitten und eintragen lassen. Ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video.